Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter viel Spaß und wieder ein Rätsel jetzt wird schon ein bisschen fortgeschrittener denn wir haben schon ganz schön Sprünge am Anfang von unserem Rätsel ich spiele euch mal die ersten vier Töne und danach habt ihr vielleicht schon eine Idee oder eben auch nicht dann müsst ihr noch ein bisschen puzzeln viel Vergnügen